Mein Name ist Thomas Lohninger und ich bin Geschäftsführer der Datenschutz-NGO EpicenterWorks. Man kennt uns vielleicht noch unter unseren alten Namen Arbeitsplatzvorratsdaten oder AK-Vorrat. Wir haben uns 2010 gegründet, um das Überwachungsgesetz zur Vorratsdatenspeicherung in Österreich und Europa abzuschaffen, was ein sehr hochgestecktes Ziel war, das wir aber 2014 erreicht haben. Nach einer sehr erfolgreichen Online-Kampagne haben wir es geschafft, dass der EuGH, das Europäische Höchstgericht und dann später auch der österreichische Verfassungsgerichtshof uns Recht gibt. Und seitdem setzen wir eigentlich unseren Kampf für Grundrechte im Internet fort. Wir sind ganz stark natürlich in der Datenschutz- und Antiüberwachungsbewegung verankert, aber wir setzen uns zunehmend auch für andere Grundrechte ein, wie das Recht auf Informationsfreiheit, wie das Recht auf einen transparenten, maschinenlesbaren Staat, wofür wir eintreten. Wir wollen einfach, dass Grundrechte im technologischen Wandel gewahrt bleiben und werden. Und das ist dieser Tage sehr viel Arbeit, weil in unseren Themen halt einfach alles hineinspielt, von Straßenbau über Social Media Regulation bis ganz viele Verwaltungsthemen. Und wir versuchen diesem Ansturm gerecht zu werden und so eine parteiunabhängige, spendenfinanzierte Stimme der Vernunft zu sein, die mit Sachverstand versucht, dass die Dinge sich zum Besseren ändern. Was sind die großen, relevanten Themen der Zukunft? Also ich glaube, dass das große Spannungsverhältnis besteht zwischen dem Schutz unserer Daten, unserer personenbezogenen Daten und dem Nutzen von den allgemeinen Daten über uns alle. Das beginnt bei den Daten, die der Staat hat. Also ich bin ganz stark dafür, dass die Verwaltung transparenter wird, dass wir als der Souverän, als die Bevölkerung und auch alle Menschen, die hier leben, das Recht haben, zu wissen, was der Staat tut, wofür unser Steuergeld ausgegeben wird. Und auch Informationen über unseren Lebensraum, über den Verkehr, über unsere Bildung, über all die Bereiche, die uns tagtäglich begegnen, da würde ich mir auch mehr Transparenz wünschen. Das beginnt bei so etwas wie Fahrplänen der Wiener Linien, die öffentlich sein müssen und geht bis zu Partizipationsmodellen, wo man versucht, die Leute so zu beteiligen, dass auch bei politischen Entscheidungen, die in Parlamenten getroffen werden, schon im Vorfeld die Bevölkerung gehört wird. Und ich glaube, dass so die Entscheidungen, die die Regierung trifft, besser werden. Also ich glaube, dass wir ein großes Problem haben mit gewissen Überwachungsfantasien, die es derzeit in Wien gibt. Dass man die alle zu- und abfahrten zum ersten Bezirk mit Videokameras aufrüsten will und dort dann eine volle Fassung macht von jedem Auto, was da durchfährt. Dass so etwas ernsthaft diskutiert wird, zeigt, wie gering das Bewusstsein in der Regierung ist für Datenschutz und für das Recht, unbeobachtet sich im öffentlichen Raum zu bewegen. Wir verlieren einfach ein riesiges Stück an unserer Freiheit, wenn wir auf Schritt und Tritt überwacht werden. Und sobald so eine Infrastruktur einmal installiert ist, es beginnt vielleicht bei den Autos, aber es ist dann ein kleines Software-Update, damit man auch Gesichter erkennen kann. Und auf einmal haben wir Zustände wie in China. Das will ich nicht für Wien. Ich will, dass Wien als lebenswerte Stadt auch da wirklich an der Spitze bleibt, wenn es darum geht, dass man sich hier frei bewegen kann. Und dass es eben auch eine inklusive Stadt ist, wo sich niemand fürchten muss. Das gehört für mich auch zu dem Gefühl, in Wien zu leben, dazu. Und wenn wir das opfern, nur um irgendwelche fehlgeleiteten Straßenbauprojekte voranzutreiben, ich glaube, dann verliert Wien ganz viel von dem, was es heute noch ausmacht. Welche Fragen sollten am dringendsten beantwortet werden? Ich glaube, ganz oft ist es so, dass die Stadt und auch die Verwaltung zu sehr glaubt, sie müssen sich abschotten von der Bevölkerung. Also wir könnten eigentlich, wo wir doch hier alle gemeinsam leben, viel inklusiver auch zu Entscheidungen kommen. Nicht nur, wenn neue Dinge gebaut werden, sondern auch, wenn es um die Verwaltung von Dingen geht. Und da ist einerseits sehr viel möglich und sehr viel Potenzial zu heben über deliberative Demokratie-Modelle. Und dann ist aber auch etwas ganz Dringendes die digitale Kompetenz, die wir in unserer Gesellschaft haben. Es gibt einfach so etwas wie einen Digital Divide. Es gibt Menschen, die sind jeden Tag im Internet, haben die ganze Zeit irgendwie ihr Smartphone dabei und die wissen, wie sie diese neue Welt navigieren. Aber denen ist dann auch ganz oft nicht bewusst, was die Gefahren sind, denen sie im Alltag im Internet begegnen. Da müsste man schulen, da müsste man digitale Selbstverteidigung wirklich ernst nehmen und sowohl an die Schulen bringen, wie auch an die Altersheime. Also das ist ein Problem, das wir auf jeden Fall bei den ganz Jungen und den ganz Alten haben. Und erschreckend oft ist es auch bei den Generationen dazwischen noch so, dass man gar nicht weiß, was mit den eigenen Daten passiert. Die Antworten auf diese Fragen, die haben wir. Das Bewusstsein dafür zu steigern, würde einfach den Menschen helfen, selbstbestimmter mit digitaler Technik umzugehen. Und die geht ja nicht weg, das wird nur umso stärker. Das heißt, da zu investieren in die Bildung und in eine emanzipatorische Bildung, das wäre, glaube ich, das Dringendste, was zu tun ist. Und da muss man halt auch wegkommen von Konzepten, wie sie im Moment propagiert werden, wo versucht wird, das Internet so darzustellen als etwas, das uns nur schadet. Und wo man den Kindern beibringt, ja, je weniger du dein Smartphone verwendest, umso besser ist es für dich. Das ist so wie katholische Sexualerziehung. Das funktioniert nicht. Also wir brauchen einen spielerischen, emanzipatorischen Zugang zu digitaler Bildung. Nur so erreichen wir die Leute und nur so rüsten wir sie für die Zukunft. Und im Sinne eines positiven Ausblicks und zur Inspiration für uns alle, würden wir gerne wissen, wie sieht das Wien ihrer Träume aus? Ich glaube, es wäre auf jeden Fall ein Wien, das sich bei seinen eigenen Stärken bewusst ist. Wir haben eigentlich eine sehr starke Tradition in Wien, was Netzkultur, Netzkunst, Netzpolitik betrifft. Aber irgendwie wird das international viel stärker gesehen als hier in Wien. Es wird kaum etwas investiert in diese Community, obwohl das eigentlich ein Aushängerschild sein könnte. Es wird viel zu wenig dafür getan, dass Wien hier auch aktiv diese Werte in die Bevölkerung trägt, die eigentlich hier zu Hause sind. Und ich glaube, wenn man sich daran orientiert, dann gibt es eine ganz optimistische Zukunftsvision für diese Stadt. Und wie gesagt, für mich ist das etwas, was natürlich dazugehört. Es wird mir leider oben noch nicht ganz so gesehen.